Hallo und herzlich Willkommen hier wieder mit mir, Servers 12.7.8 in MTA. Mit dabei ist der... Kobold! Richtig, auf einem ganz neuen Server sind wir hier. XO, RealLife. Und ich habe einen Restart von meinem ganzen Kanal gemacht, weil ich hatte einen Fehler, wenn ich das kurz erklären darf. Nein. Ich durfte nicht mehr als... Ja, ich darf nicht mehr als 15 Minuten hochladen. Und eines der letzten Video RealLife-Folgen hatte 30 Minuten. Es waren nur 24. Ja, okay. Ja, es waren 24, aber egal. Also wir sind... Also ich zumindest bin hier im Login. Und du? Hallo? Äh. Ja, wieder da, ja. Ach so, ja. Also ich bin hier gerade im Login und du? Ja, ich auch. Ja, okay. Dann loggen wir uns mal ein. Ja, Login. So, geht nicht. Nein. Alles okay. Ich stehe hier. Ich schwimme im Wasser. Hä? Und unten herzlich willkommen. Überschen Nachmache von GTA 5. Äh, was? Du schwimmst im Wasser? Ja, ich bin da gespawnt. Oh. Nicht normal. Erfolg freigeschaltet. Herzlich willkommen. Du solltest nicht im Wasser spawnen. Bin ich aber. Hä? Das ist... Das ist doch komisch. Ich stehe hier am spawnen und du hängst irgendwo im Wasser rum. Ich hab mich log in gemacht und dann... Ja, hör auf zu schwimmen. Warum? Ja, hör auf zu schwimmen und komm zu mir. Ich versuch doch an den Ufer ranzukommen. Wo bist du denn? Ich schwimme. Circa. Ja, circa. Wo bist du? Im Wasser. Ja, hier ist viel Wasser. Sehr viel Wasser. Ich sehe hier jetzt auf dem Server. Ah, ich bin ganz unten rechts. Ja, toll. Und ich bin da in der Mitte, wo die zwei grünen Kästchen sind und ein gelbes. Zwei grünen Kästchen? Ja, bei dem roten S. Und bei dem Tuning und bei der Fahrschule. Ach so, die ist Standard. Hm. Aha. Da laufe ich gerade auf dem gelben Platz quasi rum. Okay. Das ist jetzt aber gerade blöd, dass du irgendwie nicht am Spawn bist. Weil das Spawn ist hier gleich ums Eck. Das ist extrem seltsam, aber egal. Ja, du bist hier gerade zum ersten Mal drauf und bist nicht am Spawn. Und ich habe irgendwie so ein Assis-Skin. Hallo. Hallo. Ja. Oh, ich habe eine schöne rote Binde um mein Bein. Wieso, weiß ich nicht. Aber ja, es ist wunderschön. Ich frag gerade jemand nur, ob er mich wohin kann. Oh, eine Sportkasse. Wollen wir doch mal gucken. Du kannst jetzt erst ab drei Spielstunden schlagen. Ich will auch die Bank öffnen und nicht schlagen. Okay. Genehmigt. So, jetzt kommen wir hier zur Fahrschule. Komm zur Fahrschule. Ja, ich werde hier. Hallo. Oder soll ich schon mal anfangen? Nee, warte, warte. Ich werde hergefahren mit dem Hustler, mit Nitro und allem. Bestimmt, du landest hier gleich irgendwo in der Gosse. Gut. Gleich fliegst du irgendwo am Straßenrand tot. Straßenrand tot. Ist irgendwie so ein Polizeityp. Na, das ist schon mal gut. Oh, weißt du das? Alter. Ja, überfahl mich. Ich denke mal, der ist gut. Und sein Wagen hat sich überschlagen. Ja, klar. Hallo. Er überschlägt sich, fliegt auf ein anderes Auto und kommt wieder in den Normallauf. Alter, ich wurde gerade überfahren. Hinter mir steht Polizei. Hat alles gesehen. Macht nichts. Wow, da warst du. In dem roten Woll? Ja. Oh, das ist süß. Danke. So, dann steig mal aus. So. Oh, du hast den gleichen Skin? Auch gut. Dann komm mal mit. Der Anfangspanner-Skin. Nee, ich hatte vorhin einen anderen, als ich kurz drauf war. Ach ja. Hm, so ein Punk. Punker, genau. So heißt das. Das blöde Ding. Bist du noch hinter mir? Da, komm mal rein. Eins, zwei, drei, alle. Hoppsa. Erfolg freigeschaltet. Besuche die Fahrstunde, du erhältst 200 dafür. Ich find das cool unten, Exo Real Life. Ich find das Design vom Server cool. Ja, ne? Ja, ne? Und, oder starte, ja. Rufe am gelben I-Punkt einen Fahrlehrer oder startet die... Oh, nein, das kann nicht stimmen. Kobold 2000. Ach so. Hm, was denn? Spielzeit keine, aber ich dachte schon, ich hab den irgendwie 200 Stunden Spielzeit. Hab ich mich übersehen. Wo bist du hin? Äh, ich steh hier noch. Wir sind jetzt irgendwie da drin gewesen. Hä? Warte. Fahrschule? Was muss ich machen? Fahrschule ein. Total, 7000. Fahrschule? Wir haben doch schon. Fahrlehrer rufen. Wirklich? Haben wir? Nee, Führerschein hab ich nicht. Exo Pad. Nee, wir müssen noch fahren. Ich nehme auf den Mentor und dann auf dieses... Dann muss, denke ich mal, hier rein. Auto... Es sind Fünfte. Die automatische Führung kann nicht gestartet werden. Bitte, könnte wir fangen hier. Tira ein. Okay, wir müssen einen Fahrschule... Ähm, Fahrlehrer. Oh, hier fragt mich einer. Äh, komm mal raus, komm mal raus. Hier steht einer. Lol, es gibt den Beruf als Fahrlehrer. Ja, das ist richtig geil. Und ich steige gerade bei ein und mache eine Fahrschule. Äh. Wurde erstmal wieder rausgeworfen. Ist noch nicht richtig eingestellt. So. Frag mal hier einen. Hier ist bestimmt einer Fahrlehrer. Was muss ich da eingeben? Hm, hm, hm. Äh, eigentlich... Ja, du kannst slash Fahrschule eingeben. Und da kann... Fahrlehrer rufen? Ja, genau. Hab ich vorhin schon gemacht, aber ich konnte keinen Ruf. Jetzt muss ich nochmal... Du musst die anrufen mit dem Handy. Kannst dir anzeigen lassen. Ich kann nur... ...und ein Fahrlehrer gerufen werden. Hm, hm, hm. Habe ich jetzt hängen gerufen? Keine Ahnung. Musst du wissen. Ich versuche schon, um einzusteigen. Hm, immer noch nicht. Jo, okay. Dann mach mal ein bisschen hin und hallo. Blub, 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 blub. Ich schreibe gerade deinen Namen falsch. Oh, ich fahre, Lehrer. Oh, okay. Ich glaube, ähm... Du darfst auch mit. Aber ich fahre zuerst. Okay, Kobold. Nein, der hat dich falsch geschrieben. Äh, du... Jo, steig mal hinten ein. Ich kann hinten einsteigen. Ja, ich will vorne einsteigen. Upp. Du darfst doch gehen. Nee, steig ich ja nicht vorne ein zum Fahren. Du fahrst doch, Katrin, oder wirst du da und rausgerufen? Ja, das ist ein Auto. Hello. Hallo? Man kann echt nur ab Level 30 oder sowas schlagen. Äh, drei Stunden. Das ist ja komisch. Ja, das ist wirklich komisch. Aber, naja, okay. Ui. Ui. Der Fahrlehrer ist mir zu dumm. Ja, ich werde eigenes Auto. Hallo? Hm. Da muss bestimmt noch zehnseitige Formulare ausfüllen. Das hat die Haftung für uns übernimmt. Komm, ich glaube, da sind Verlierer drinnen. Geh mal halt mal rein. Ja, aber warte. Da kommt er gerade. Kobold, du sollst kommen. Scheint so. Hö. Ja, dann lass ihn fahren. Steckst du jetzt mal in den Auto, steckst du raus. Haha. Ja, hallo. Jacke. Ey, Jack. Habe ich gerade Jacke gesagt? Ja. Hallo, Jacke. Hat die Fahrprüfung gestartet? Hm. Okay, dann. Fahr mal. Wehe, du fährst mich jetzt um. Dann hast du sofort Minuspunkte. In drei Minuten kommt auch schon der erste Cut. Echt? Ja. Ich folge dir mal so. Ja, ich warte hier. Und meine Fahrstunde kommt dann, denke ich mal, in der nächsten Runde. Oh ja. Obwohl ich eigentlich als erster da war. Aber, oh, IO. Nur 80 fahren darf ich. Ich finde das richtig gut gemacht, das Prinzip. Ja, dass es halt auch Fahrlehrer gibt. Das Witzige ist ja, er schreibt mir da und wo ich hin muss, aber... Das war auf VIO nicht so. Ja, ich weiß schon. Ich finde das viel besser gemacht. Jo, finde ich auch. Finde ich geil. Und ich habe einen Pfeil über den Kopf. Wieso? Achso. Ich muss zum schicken Dinner. Okay, dann laufe ich da erstmal hin. Ist das weit von hier? Nicht, dass ich gleich die Fahrschule verpasse. Oh, ich glaube, das ist relativ weit. Hm. Blub. So. Hier einfach mal rüber. Los, hops. Und ja, ich habe ja schon alte Folgen hochgeladen. Oder, äh, komm auch noch. Da sieht man zum Beispiel auch... Ja, da gibt's ein TS von dem Server. Ja, gibt's meistens von Servern. Wieso? Willst du etwa nicht mit mir reden und lieber ein TS? Nein, aber ich habe gefragt, ob ich da reingehen will. Weil wegen... Achso, wegen Fahrschule. Ja, ist halt einfach einfacher, aber... Wäre halt gerade ein bisschen blöd. Hö. Alter, ich laufe hier gerade nur blöd rum. Immer im Zickzack. Ui. Ich darf nur 80 fahren alles. Loil. Dann fahr auch nur 80, also wirklich. Klopp. Wer Interesse hat, darf nun auf der Rennstrecke wohnen. Ich habe nur keine Führer-Schulein. Weiter, immer weiter, ja, ja. Jo, das kann ja ein bisschen dauern. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier so Anfangsfahrzeuge gibt, wie es zum Beispiel auf We Are We Are Life, dieser Fagio, die man einfach so fahren darf. Doch, doch. Ich konnte, glaube ich, vorhin ein Fahren, oder? Hast du denn einen gefunden? Ich finde hier nicht mal einen. So. Ja, manchmal stehen die welche rum. Ach so, okay. Er sagt immer, immer weiter, weiter, weiter. Ich glaube, gleich kommt der Cut, oder? Ja. Okay. Kannst du fahren, dann links. Du schreibst noch während des Fahrens, also? Dafür zieht er dir ja gleich Punkte ab. Nicht auf die Straße konzentriert. Jetzt muss ich zur Fahrschule fahren. Und das ist gut. Und das ist gut. Ja, dann denke ich, bin ich danach dran. Und dann machen wir auch, sobald Kubatier ist, einen Schnitt. Oh, da fährst du. Oh, wie schön eine Kurve. Alter. Ganz ehrlich. Das war aber ein Radius. Das hat man aber schon mal besser gesehen. Ey, ich glaube, da war rot. So, und weiter rum. Ja, machst du super. Alter. Ich fall die ganze Zeit runter. Ich bin gleich weg. Hi. So, da bist du ja. Ich muss jetzt einparken, muss ich. Oh, nee, nee. Das geht doch. Jetzt Bock. Ja, okay. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder, wo ich dann am Fahren dran bin. Verabschieden uns und sage Tschau mit mir und Kobold. Ja. Ja.